war ja gerade oder doch lieber openvpn wie wäre es mit einem ip sektor keine ahnung heute will ich mit euch mal ein paar kern themen drüber gehen geschwindigkeit verschlüsselung allgemeine einrichtung der aufwand und so weiter und so fort das heißt ich möchte die drei mal theoretisch ein bisschen gegen halten und das gucken wir uns einfach mal gemeinsam an ich hatte jetzt schon im vorhinein einfach mal einen großen langen blog beitrag darüber verfasst und habe alle drei einfach mal gegenüber gestellt und da werden wir uns so langsam dran lange handeln und einfach mal durchgehen also erst mal zu den ersten worten fangen wir einfach links an war ja gerade das relativ neu auf dem markt ich weiß es gar nicht genau zwei drei jahre oder sowas und hat halt mittlerweile auch einzug in den kernel gefunden von linux ich glaube seit dem linux kernel 56 ist es im kernel integriert heißt also er kann direkt auf dem system zugreifen und verspricht dadurch hier oben schon wo haben wir fast und das ist auch wahr war ja gerade ist dadurch dass es halt ihnen direkt in den kernel und ich als prozess laufen muss extrem schnell nur das kann ich jetzt schon mal vielleicht vorweg nehmen einrichtung auch ziemlich gut aber eben noch ziemlich neu auf markt noch nicht überall sehr schön integriert funktioniert aber mit allen endgeräten schon mal sehr sehr gut ja unser gutes altes geliebtes vpn schwein openvpn auch da mittlerweile in alles mögliche integriert funktioniert sehr sehr gut basiert auf den auf der ssl tls verschlüsselungsverfahren egal ob auf einem raspberry pi oder irgendeine pf sense die ich herumlaufen habe openvpn hat überall irgendwie einzug gefunden oder auf einem normalen kleinen ubuntu server debien server funktioniert als klient auf dem windows pc nicht als server sondern als klient sehr sehr gut und ganz ehrlich ist einfach mittlerweile so mit das etablierteste vpn produkt was es halt eben irgendwie gibt ja als gutes gut gut zuletzt oder beziehungsweise auch das älteste schwein unter den ganzen ist natürlich ipsec mittels ike v2 ich glaube das ist jetzt hier die wikipedia seite tut mir leid aber eine richtige internetseite gibt es natürlich nicht ist natürlich irgendwo aus meiner sicht das gesetzte gesetzte schwein überhaupt und findet bei mir immer und immer wieder einzug hat seine gründe kommen wir im laufe des videos zu ja ich würde sagen als nächsten punkt haben wir halt eben den großen punkt geschwindigkeit und da habe ich eben schon gesagt gehabt war ja gerade hat hier damit fast weil es im kernel integriert ist einfach die nase vorn gegenüber openvpn und ipsec die sind da ziemlich gleich bei den beiden ist einfach sehr sehr wichtig dass man hier auf die verschlüsselung methodik schaut ich habe jetzt beispielsweise hatte ich gerade eben noch hier nur aes 128 cbc drin gehabt ich weiß noch gar nicht wieso es noch mal ein ticken schneller als gcm wenn ich richtig liege ist auch egal auf jeden fall kommt es halt eben sehr sehr stark auf die verschlüsselung variante an also meistens ist natürlich aes 256 aes 128 das sind die die zumindest als sicher gelten trotz alledem braucht das performance das ist jetzt hier die 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 openvpn ansicht ich kann das ganze auch im ipsec zeigen da kann ich einfach mal hier reingehen da habe ich jetzt zu meinem microtik router wo haben wir es hier oben auch 128 mit aes laufen und bei einer anderen verbindung habe ich hier schad 256 auch mit aes 256 gcm also das ist ziemlich abhängig von der verschlüsselungs methode die man da wählt es ist da ziemlich das ist da extremst gleich zwischen ipsec und openvpn und natürlich davon abhängig wie stark der eure cpu unterwegs ist bei wire guard ganz ehrlich kann man schon sehr hohe performance erwarten auch wenn man mit so einem kleinen raspberry pi unterwegs ist da geht es halt auch schon ziemlich schnell los was da hohe performance werte erreicht sind liegt einfach daran dass der header sehr klein ist dass das ganze direkt im kernel integriert ist wenn es denn im kernel integriert ist und nicht irgendwie so nachträglich installiert ist und gleichzeitig dass hier sehr 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 aktuelle verschlüsselungs methodiken wie tschat 20 oder sowas und was haben wir noch poly 13 1305 untergebracht sind die sind von hause aus schon super super schnell kommen wir mal zur konfiguration auch da unterscheiden sich die drei schon extremst fangen wir einfach wieder mit wire guard an war gerade ich habe hier einfach mal so ein wire guard konflikt generator einfach mal aufgerufen und möchte euch einfach mal hier so die konfiguration zeigen das ist wirklich alles was man auch irgendwie auf einer seite haben muss auf der klienten seite ist das hier zum beispiel alles was man haben muss also es ist extremst wenig die vorherigen schritte ist eigentlich nur private key und public key zu generieren das ist ein befehl zwei befehle und dann sind die keys generiert paar ports öffnen gut das braucht man halt eben nicht zu erwähnen aber konfiguration technisch ist das alles was man irgendwie für die wire guard konfiguration braucht und mehr wissen braucht man dabei nicht dagegen bei openvpn ich habe einfach mal eine beispiel konfiguration aufgerufen von irgendeinem debien ubuntu konfiguration für openvpn da seht ihr schon ich gehe da jetzt nicht durch man muss dann doch schon einiges installieren man muss zertifikate ausholen man muss die richtigen zertifikate an die richtige stelle legen ihr seht hier werden zertifikate erstellt hier ist ein bisschen konfiguration hier ist noch ein bisschen weitere konfiguration das ist hier noch ein bisschen zertifikate und so weiter und so fort man muss man muss den adapter einrichten und so weiter das ganze ist nicht ganz trivial wenn man es halt eben direkt auf einer linux kiste macht und dann haben wir jetzt noch nicht mal das ist jetzt hier die server konfiguration gewesen dann müssen wir natürlich noch auf der kleinen seite auch noch zertifikate generieren und dann ist das ganze erst mal erledigt wenn man hier auf der auf der pf sens schaut und dann hier unter openvpn ist das ganze schon ein bisschen einfacher man richtet das hier mit ein bisschen clicky bunty richtet man das ganze hier ein zertifikate macht man auch hier auf der gui richtet den server einmalig ein ich glaube dazu habe ich auch irgendwo ein video gemacht und dann ist das ganze auch gut ist natürlich dasselbe als wenn ich mich jetzt an dieser anleitung hier lang handeln würde bei ipsec würde ich sagen es ist genauso kompliziert wie bei der wie bei openvpn gehen wir auch noch mal kurz rein ich habe ja die zwei phasen einmal im endeffekt die aufbau die also die phase 1 zum aufbau der verbindung im endeffekt da gibt es jetzt auch nicht viel einstellen möglichkeiten also es gibt deutlich genug es gibt noch wesentlich mehr als hier zu sehen sind und dann halt eben die phase 2 wo die netzwerke miteinander verheiratet werden auch noch mal die verschlüsselungs methodik aber es geht eigentlich ich habe euch dazu auch noch mal meinen microtik router aufgemacht hier kann man es noch mal ein bisschen besser sehen dass ipsec ein bisschen einfacher ist in der einrichtungsphase als openvpn meiner meinung nach man hat eben hier die identities und profiles für die aktive verbindung die aufgebaut wird und nachher hier die policies und proposals um die netzwerke bekannt zu machen die ich halt eben auf der gegenseite verfügbar machen will also die konfiguration ist hier ein bisschen trivialer authentifizierung kann über die verschiedensten wege passieren haben wir gerade hier in der anzeige wie zum beispiel über die ip-adresse oder fq dns da gibt es einige wege und natürlich der pre shared key es gibt genug auswahlmöglichkeiten und es gibt genug einstellen möglichkeiten kompatibilität und stabilität sind natürlich bei den vpn geschichten immer eine sache alle beherbergen beispielsweise in eine side to side verbindung alle können diese dauerhaft aufrufen auch hier mein bestes beispiel es gibt anleitung von mir für eine openvpn side to side es gibt eine anleitung von mir für wire guard side to side verbindung es gibt eine anleitung gut dies jetzt für pf sense side to side aber für ipsec routed vti unterstützen tun sie das alle aber wer gewinnt da irgendwie anhand von der stabilität ganz sicher es gibt da keinen großartigen gewinner der gewinner meiner meiner meinung nach ist hier definitiv ipsec es ist einfach erprobt ich selber habe es im dauereinsatz bei vielen vielen geräten es läuft einfach keine abstürze kein gar nichts beim wire guard eigentlich auch nicht ich habe es auch lange zeit laufen gehabt es ist ein bisschen performanter das ist keine frage kommt immer ein bisschen auf die hardware an verschlüsselungsmethodik hatten wir schon und bei openvpn eigentlich dasselbe auch da hatte ich eine zeitlange openvpn side to side verbindung laufen ich persönlich hatte keine abstürze trotzdem wenn ihr jetzt eine empfehlung von mir wollt was hin was was halt eben stabilität angeht würde ich sagen nimmt eigentlich es ist einfach das ja das erprobte schwein unter den ganzen vpn servern hier oder vpn protokollen in dem sinne da ist halt eben eine klare empfehlung ipsec kompatibilität eigentlich auch ipsec im moment noch liegt einfach daran dass ipsec überall drin ist im windows klein im linux klein in allen möglichen vpn routern ist ipsec drin nicht überall findet man openvpn und noch weniger findet man überall irgendwo war ja gerade kommt aber alles openvpn ist schon deutlich mehr vertreten war ja gerade findet immer mehr seinen einzug kommen wir schnell zu den firewall ports als allererstes war ja gerade natürlich mit seinem standard port 51 820 kann aber nur udb kann man auch nicht umstellen auf tcp wäre natürlich deutlich langsamer gehen wir sich darauf ein aber viel wichtiger noch die vom das verbindungsmodell ist halt ganz cool bei war ja gerade kann auch eine side to side verbindung aufgebaut werden durch die ipods weil das nur eine seite eine verbindung aufbaut und die andere seite nutzt einfach sozusagen den rückweg das heißt man muss nur eine seite von den ports öffnen und kann trotzdem eine side to side verbindung aufbauen port ist ganz normal frei wählbar standard port 51 820 bei openvpn ähnlich aber noch deutlich besser openvpn kann auf udp sowie auf tcp aufgebaut werden hat halt eben den den vorteil bei tcp ist natürlich die verbindung ein bisschen stabiler es gibt situationen wo das einfach gebraucht wird wenn man eben schlechte verbindungen hat schlechte was ich was richtfunk strecken wo irgendwas drüber aufgebaut werden muss da kann dann halt eben openvpn definitiv punkten weil einfach eine tcp verbindung aufgebaut wird man weiß einfach sind die pakete angekommen oder nicht drückt natürlich auf die performance aber geht halt eben auf die stabilität ins positive standard port ja 11 94 oder 1194 trotzdem ganz normal frei wählbar bei ipsec ja wir brauchen halt eben udp 500 4500 und protokoll 50 heißt das für den schlüssel austausch alles auf udp basis damit das ganze natürlich irgendwie ein bisschen performant ist ich bin mir jetzt unsicher ob man das ganze auf tcp drehen kann ich glaube aber nicht ports können auf ohne weiteres nicht ganz so einfach geändert werden zum beispiel bei microtik kann ich mein portal nicht ändern das heißt wir sind da ziemlich fixiert was die ports angeht im bereich verschlüsselung unterscheiden die sich halt eben jetzt schon sehr sehr stark wireguard ist da einfach ultra ultra neu ihr seht schon 20 oder 20 für die symmetrische verschlüsselung was haben wir denn noch wir haben hier black 2 fürs hashing und so weiter und so fort die sind da einfach auf dem aktuellen stand und der aktuelle stand ist nicht nur gut sondern auch einfach schnell habe ich mehrfach schon erwähnt aber so ist es einfach wobei openvpn und ipsec auch auf gängige und auch weiterhin als deutlich sicher eingestufte verschlüsselungsmethodiken wie es zu 56 es 128 auch meinetwegen schad 256 eben setzt alles noch gut war es alles noch gut ich glaube auch in der zukunft noch als gut angesehen und als verschlüsselungsstärke immer noch perfekt und das entschlüsselt keiner so super schnell außer mit extremst viel performance und egal auf jeden fall immer noch aktuell funktioniert sehr sehr gut braucht man auch gar nicht weiter darüber diskutieren nicht so aktuell wie bei wireguard trotzdem einfach als absolut sicher einzustufen gibt es irgendwelche bekannten sicherheitslücken oder fehler oder sonst was nein ganz klar bei allen drei gibt es nichts es gibt ein kleines klitzekleines aber bei wireguard im positiven sinne wireguard wurde ist halt eben so klein dass auch ein einzelner entwickler das überprüfen konnte also ich glaube es ist nicht mehr als 1000 code zeilen auf jeden fall es wird das mehrfach überprüft es wird auch noch mal überprüft wo es einzug in den kernel gefunden hat openvpn na klar einfach den richtigen verschlüsselungsalgorithmus wählen dann ist das ganze als sicher einzustufen gibt sicherheitslücken nein keine bekannten es gibt natürlich immer mal wieder irgendwie bugs oder fehler aber keine die halt eben irgendwie die sicherheit gefährden nein da ist nichts bekannt dasselbe mit ipsec dasselbe verschlüsselungsmethodik auch da ist erstmal alles als sicher einzustufen es gibt immer mal wieder fehlerchen aber die sind schon so alt dass die ausgemerzt werden weiß man nicht ganz trotzdem es gibt ein klitzekleines aber durch jahren wenn es mal bekannte durchgerieselte nsa ich habe hier meinen link reingepostet nsa protokolle und präsentation kann es natürlich sein dass irgendwie auf irgendeiner ebene ich halte mich jetzt mal stark zurück ja das mitgelesen werden kann in irgendwelche gerätschaften irgendwelche lücken mit eingebaut worden sind wer weiß das schon ich jedenfalls nicht trotzdem sehe ich das einfach mal von der verschlüsselungsmethodik her oder von der verschlüsselungsstärke her stufe ich das ganz klar als sicher ein wer weiß wie halt eben irgendwo irgendwelche nsa oder sonstwas firmen da irgendwo ihre rüssel drin haben lassen wir mal außen vor mich kontrollieren sie sowieso nicht kommen wir zum wichtigsten vom video wofür nutze ich denn jetzt überhaupt was fangen wir einfach mal mittendrin an mit openvpn openvpn ist meiner meinung nach eigentlich das beste produkt von ganzen es unterstützt halt alles kleinen serververbindung server zu server verbindung hat gesagt zeit zu zeit und funktioniert einfach einfach ziemlich gut es hat überall fast überall einzug gefunden egal auf einem pay ob noch auf einem router fritzbox jetzt vielleicht nicht aber trotzdem openvpn findet überall einzug trotzdem meine erfahrungen haben gezeigt openvpn ist einfach das gesetzte schwein für klientenverbindungen das heißt computer windows mac oder sonstwas halt eben eine verbindung zu irgendeinem server wenn man irgendwo hin rein eine verbindung aufbauen will ist meiner meinung nach openvpn gerade das mit den zertifikaten und benutzer authentifizierung einfach das beste also meiner meinung nach meine klare empfehlung openvpn überall da wo sich ein klient in irgendein server system oder in irgendein vpn router einwählen muss da sollte man openvpn einsetzen als zweiten punkt ipsec überall also ich habe zum beispiel überall in meinen infrastrukturen und was nicht alles zeit zu zeit vpn verbindung ganz ehrlich ich setzte auf ipsec ist es meiner meinung nach das stabilste auf der ebene kann ich perfekt routen ich kann sogar routing protokolle wie bgp ospf über eine routet wie die strecke drüber prügeln funktioniert wirklich wirklich tadellos die verbindung ist performant ich habe auswahl an verschlüsselungs methodiken die auch auf kleinsten geräten mit wenig mit wenig leistung erhobe performance bringen deswegen meine klare empfehlung überall da wo side to side vpn verbindungen aufgebaut werden sollen die dauerhaft bestehen bleiben sollen die dauerhaft oder wo dauerhaft daten rüber gehen ganz klar eine ipsec vpn side to side verbindung war ja gerade als letzter punkt ja ganz klar überall da wo ich rumtüfte bei mir zu hause wenn ich mich mal irgendwie schnell mit meinem handy verbinden will natürlich es kann perfekte side to side verbindungen was mir dabei fehlt sind ein paar einstellmöglichkeiten paar limitierungen ich kann beispielsweise auf weyer guard seite leider gottes extrem krass definieren was will ich einfach auf der anderen seite haben nur das ist mir fehlen so ein paar einstellmöglichkeiten um das halt eben ja im enterprise im gehobenen in großen infrastrukturen einzusetzen oder wenn ich beispielsweise einfach mal eine verbindung haben will die sicher und super performant sein soll war ja gerade nutzen trotzdem für mich keine dauerlösung noch nicht aber ich glaube diese meinung könnte sich in den nächsten ein zwei drei jahren vielleicht auch einfach ändern da wird sich mit sicherheit auch noch mal ein bisschen was ändern das wird leidweit bleiben aber trotzdem wird war ja gerade irgendwo sein ja festen bestandteil finden momentan sich halt war ja gerade überall da wo man mal eben schnell irgendwas aufbauen muss und ja einfach was benutzen muss war ja gerade ist dafür einfach perfekt auch hier wieder raspberry pi war ja ganz klar ja definitiv der raspberry pi hat nicht so viel performance dass man riesig viel was erwarten kann mit aes 256 aber mit war ja gar kommt da richtig was bei raus ja ich hoffe der vergleich hat euch mal so ein bisschen hat euch gefallen im endeffekt wie gesagt viel meinung dabei bei diesem ganzen video trotzdem denke ich mal es geht in die richtige richtung und hilft euch bei eurer entscheidung noch mal ganz schnell zusammengefasst open vpn überall da wo ihr eine client to server verbindung aufbaut ipsec überall da wo eine dauerhafte side to side verbindung aufgebaut werden soll und war ja gerade überall da wo jemand irgendwie hohe performance braucht schnell eingerichtet ihr habt wenig leistung hat einen raspberry pi war ja gerade ist euer tier wenn ihr noch bessere ideen habt einfach mal video kommentieren ansonsten generell nicht vergessen daumen hoch für das video abonniert den kanal und wir sehen uns in meinen regelmäßigen live streams bis dahin alles gute bleibt gesund und ciao bis zum nächsten Mal